Wir leben in einer komplexen, globalen Welt. Und wer im globalen Wettbewerb bestehen will, muss Prozesse digitalisieren. Etwa die Verwaltung von Maschinen, Objekten und Anlagen. Schließlich kostet die analoge Organisation wertvolle Arbeitszeit, verlängert die Projektdauer und erhöht die Kosten. A1 Digital Asset Insight ist eine cloudbasierte IoT-Lösung zur Vernetzung von Maschinen und Objekten. Und so funktioniert Asset Insight. Robuste IoT-Module mit integriertem Multi-GNSS-Tracker und eingebauter IoT-SIM-Karte für die Mobilfunkübertragung werden an die Objekte angebracht. So können alle wertvollen Assets wie Maschinen, Container und Lieferungen geortet werden, überall und rund um die Uhr. Die Verwaltung erfolgt über die Online-Plattform von A1 Digital und die verschiedenen Dashboards verschaffen einen umfassenden Überblick. Asset Insight macht die manuelle Suche und Verwaltung von Assets überflüssig und lässt Ihre Endkunden selbstständig die Lieferungen verfolgen. Dank integrierter Sensorik erhalten Sie außerdem Echtzeitbenachrichtigungen und können sofort eingreifen, wenn zum Beispiel bei einer Kollision etwas beschädigt wird oder Ihr Objekt einen definierten Bereich verlässt und möglicherweise gestohlen wurde. Alle Daten sind sicher in ExoScale, der eigenen europäischen Cloud von A1 Digital, gespeichert. Selbstverständlich lässt sich auch eine Vielzahl von Tracking-Geräten von Drittanbietern einbinden oder Asset Insight über API in andere Systeme integrieren. A1 Digital Asset Insight ist die intelligente Komplettlösung zur Verwaltung Ihrer Objekte und Maschinen inklusive sicherer Datenverwahrung, bester internationaler Netzabdeckung und flexiblen Anpassungsmöglichkeiten.